Europa, damit kennt sich der zuständige Minister Guido Wolf aus. Doch auch die Schüler der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach glänzten beim Besuch des Politikers mit ihrem Wissen. Schon die vorbereiteten Präsentationen zeugten von politischem Interesse. Und mehr noch die Fragen der Jugendlichen zum Brexit und seinen Folgen, aber auch zum Wahlausgang in Frankreich, der Europa wieder hoffen lässt. Und CDU-Minister Guido Wolf war sichtlich bemüht, sie alle ausführlich und ehrlich zu beantworten. Fah!